Norzoc. So nennen die Mongolen die Menschen, die mit der Gabe geboren worden sind, die Sprache der Pferde zu verstehen. Ich höre ihr flüstern. Sie bitten um Hilfe. Ich bin bereit, dem Ruf zu folgen. Tief ins Herz der Mongolei. Ostwind. Die Legende von Kimori. Untertitelung des ZDF für funk, 2017